Musik Nein, definitiv nicht. Perfekt ist das. Nicht zu haben einen Job, nicht zu haben einen Grund, auf jeden Tag zu haben. Es ist ein странer Ruhm, ich würde nicht vorstellen, dass ich hier in der Gouche bin. Ich würde mich nicht beobachten. Aber du machst nichts, ich bin jetzt. Dann wäre ich nicht glücklich. Du kannst ein Jacuzzi machen, oder fotografieren, oder einfach nur das Leben zu genießen. Du projektes, du machst eine Cava vin, du projektes, du projektes... Du hast das, das Projekte. Es ist ein sehr hartes Projekte. Du kannst es nicht arbeiten, aber es braucht Projekte, du kannst es nicht verändern. Du bist nicht oisiv, du hast es in der Kiff. Das ist wie die Kiff. Das ist das beste Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.